Hallo, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ihr kennt mich wahrscheinlich von der Stimme her, aber Relive habt ihr mich so, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe ein richtig großes Problem. Ein richtig, richtig großes Problem, aber ich möchte es euch zeigen, weil es ein Problem ist, was, glaube ich, an meinem Computer liegt, sonst könnte ich dieses Video, dieses Relive-Video nicht hochladen. So, nähern wir uns mal ein bisschen näher an meinen Laptop. So, ich möchte Videos hochladen, aber da gibt es ein Problem. Ich gehe jetzt auf die Auflade, also ich suche mir dieses Video aus, was ich produziert habe. So, suche es mir nochmal aus. Und zwar war das 7 Minuten und 7 Minuten und 30 Minuten. Ein ganz schönes Alltag in GTA 5, ganz toll. Und jetzt lade ich das hoch. Und jetzt steht hier, Upload ausstehend. Ich weiß nicht, was hier mit meinem YouTube-Kanal gerade los ist. Entweder wurde ich hier gehackt, was weiß ich, aber irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. 2 Prozent. Also hier steht 7 Prozent hochgeladen. Noch 2 Minuten. Und diese 2 Minuten bleiben eigentlich immer konstant. Jetzt weiß ich nicht, woran das liegt. Vielleicht sollten wir mal hier den Router an- und ausschalten. Habe ich auch schon alles probiert. Funktioniert auch nicht. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Habe ich mich irgendwo verdrückt? Ich weiß es nicht. Was ist hier los? Wer sich auskennt, ob ich gehackt wurde, kann sich gerne mal melden. Vielleicht ist sogar der Hacker am Start. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was habe ich noch nicht erlebt auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß nicht. Spinnt alles zurzeit. Spinnt alles. Hoffentlich konnte ihr mir helfen. Bis dann. Ciao. War nur Kaffee. Und hoffentlich sehen wir uns dann in einem neuen Alltag in GTA 5. Sonst muss ich bisher, bis ich einen neuen Laptop habe, halt ein Real-Life-Videos-Session starten, weil das liegt wahrscheinlich an meinem Laptop. Ciao. 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 Vielen Dank.